super training heute meine süße und der neue trainer ist einfach nur heiß fand ich auch so macht training spaß was gut bis morgen ich bin der trainer hier kann ich was für dich tun ja kannst du mir eine maschine empfehlen die mir garantiert erfolg bei frauen bringt so wie die zwei mädels die herausgegangen sind ja wir haben die maschine die maschine hier geht durch die tür durch und gleich rechts glaubt mir das ist die maschine ok im ernst die maschine hier ja klar mann du wolltest doch den schnellen erfolg bei frauen das ist die maschine für dich das soll die maschine sein sind wir eigentlich fertig sehr gut habt ihr die zuschauer eigentlich gefragt ob sie liken und abonnieren wollen wozu denn naja immer wieder neue video hochladen dann bleiben sie informiert ganz einfach hast recht also wenn ihr informiert bleiben wollt immer schön liken und abonnieren habt ihr verstanden was für glock also da oben links sollen glock sein ich sehe zwar jetzt keiner wer bräuchte da oben links sein ohne rechts aber rechts jetzt ohne rechts ach egal hauptsache egal was pass auf sucht die glock irgendwie und drückt sie habt ihr sie schon gedrückt ja was ist los mit euch ihr sollt die glocke drücken habt ihr das nicht verstanden glocke drücken so hier ich habe aber auch keine zeit mehr ich muss jetzt gehen also macht's gut tschüss tschüss